Ich kann mich sehr gut in eine Situation hineindenken, hineinfühlen, gerade vor Augen sehen, einen Film ablaufen. Wenn ein Schwinger erzählt von einem Griff oder dass er den Griff verloren hat oder dass er im Moment nicht gewusst hat, was zu machen, rechts-links-Schwinger, Hockeyspieler, sei das in einer Aktion, wo er das Goal nicht getroffen hat oder irgendwo eine Nische, wo er gesehen hat und die Schiebe dort hinein gespielt hat oder eine Penalti schiessen. Egal was für eine Aktion der Athlet muss machen, habe ich sofort den Film vor mir. Und auch im Skisport, sei das mit dem Aussenski, hinter das Tor fahren, wenn jemand sagt, ich rutsche an, ich habe keine Grippe oder was auch immer. Ich kann mich einfach sofort in das hineindenken. Ich glaube, es ist einfach die Qualität, dass ich in Bilder denken kann und sofort einen Film vor mir habe. Und auch sofort die Klarheit, wie es dann aussehen müsste oder wie es dann aussieht oder wo die Verbesserung passieren müsste. Ich glaube, das ist meine grosse Talentierung. Ich bin mir aber auch erst so drei, vier Jahre überdessen bewusst. Ich bin mir aber sicher mit dieser Ruhe und Fragen und Hören. Und es kombiniert einfach immer dort oben. Bis ich es gehört habe, wo das Problem liegt. Und dann fragen, 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 bis der Athlet fast verzweifelt und sagt, was willst du eigentlich hören? Ich sage, ja, was will ich von dir hören? Und dann einfach fragen, fragen, bis ich gesehen oder der Athlet mir sagt, aha, das habe ich mir gerne noch nie überlegt. Und dann weiss ich, wow, jetzt sind wir beieinander, jetzt können wir daran arbeiten. Wenn die Klarheit im Kopf beim Gegenüber angekommen ist. Das ist das, was ich natürlich von aussen früher sehe. Was, das war gerade erst, was ich sehe? Das ist das, was ich sehe.